Ich bin Brad Pitt. Hey, ich bin Brad Pitt. Sein Glied wird nicht mehr steif. Mein Glied steht wie nach eins. Willst du kurz es um runter zu hängen? Hey, es ist 5 vor 12, let's go Buffalo. Geht mal mit dem Rasierer drüber, ihr seht aus wie die alten Säcke. Entschuldigung. Sag mal, wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Er hat dem Urin. Was ist das? Das ist eine Sportverletzung. Was machst du da? Du hast gesagt, die soll ihn desinfizieren. Den Rasierer, du Eule. Die Eule hat verkehlt mir. Andreas, meine Eier klemmen fest in der Bank. Wenn Sie reingehen, gehen Sie auch irgendwie wieder raus. Nein, gehen Sie nicht. Sie sind angeschwollen. Das geht jetzt so drüber. Nicht so ziehen. Nicht so ziehen. Hallo? Mann, wir haben hier ein kleines Problem. Sehen Sie das nicht? Meine Eier stecken in der Bank fest. Kommen Sie, gucken Sie selber mal. Auf gar keinen Fall. Das geht jetzt so ziehen.